so und hallo und herzlich willkommen zu ein neues video von mir ich habe mir gedacht mal auf spaß das halbe mal vielleicht interessiert es euch mal gucken habe ich mir vorgenommen heute alle fünf transformers filme von michael bay zu ranken also meine meinung zu den filmen welchen der beste der schlechteste ist und so weiteres ja alle fünf michael bay filme also den von transformers prime hunters heißt glaube ich werde ich nicht nehmen transformers g1 den einen movie film will ich auch nicht nehmen und auch den ein bambi film werde ich nicht nehmen kann dazu natürlich zu jedem einzelnen film natürlich auch ein einzelvideo machen wir darauf lustet oder ich aber nun gut ja wir machen nach dem schlechtesten zum beste zum besten und wir fangen dann an mit transformers 4 transformers 4 ist für mich von einem transformers film von fünf eben der schlechteste ja manche wundern sich manche stimmen wozu nun ich habe mir überlegt jeden film sage ich positive und negative dinge okay was gefällt mir eigentlich vom film ach ja wichtig ist dass natürlich die firma alle gesehen hat aber das nehme ich schon mal an was hat mir für besonders gut gefallen war zum beispiel gelvertron also das megatron wieder zurückkehrte also das ist hier dieser gemacht haben kommt in die megatron mal wieder okay das klingt auf ersten blick eigentlich mehr negativ eigentlich ein schurken der tod ist aber wieder wieder die tausende wieder zu beleben und dann wieder abzumobst und sowas aber transformers passt es ja halbwegs weil wegen gelvertron eben sein design muss ich sagen anfangs mochte ich es nicht später gefällt es mir deutlich besser ist zweimal nur noch finde ich von einem design zum megatron ja auch mit noch weiter am schlechtesten aber ich finde es nicht schlecht das design und dass die menschen auch versuchen eine transformers zu bauen finde ich eigentlich ziemlich interessant dass wir in transformierung finde ich auch schon seine sehr interessante technik wenn man überlegt wenn das wirklich realisierbar ist gut die effekte waren hin und wieder ein bisschen solar sah dann nicht so gut aus ich weiß aber dennoch war ich die grundidee es war toll ähm lockdown war auch ein sehr sehr geiler charakter vor allem der hat endlich mal sag ich mal ein bisschen mehr stream time bekommen wenn man bedenkt lockdown von anderen transformers universum ist er eigentlich weniger präsenz abgesehen von ultimate wahrscheinlich aber das jetzt in einer firma jetzt als hauptbösewicht sagt in den sinne vorkommt finde ich schon das sehen ziemlich gut weil er eben halt ein kopfgeldjäger ist und den transformers sieht man das halt relativ selten und er war auch ein sehr guter kämpfer ich finde es schade dass man ihn direkt sag ich mal am ende wieder abgemurkst hat ähnlich wie das the fallen oder sentinel ja positiv mochte ich eigentlich auch dass die dinobots eingeführt wurden problem war aber ich mochte ihr design nicht so wirklich also ja und ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein was mir besonders gut gefallen hätte ich muss übrigens erwähnen für jene die mich nicht so gut kennen ich bin eher eindeutig ein decepticon als ein autobot fan aber ich habe ich habe kein hasken die autobots oder sowas also ja was mache ich am film nicht so gut nun grundsätzlich habe ich ja nichts gegen die neuen menschlichen charaktere einzuführen wie kat jäger die schauspieler sind auch finde ich ordentlich passend gewählt problem ist aber nur es fühlt sich nicht so ganz so richtig an also die chemie während des films also wenn ihr zum beispiel den ersten transformers film den wir da ja noch besprechen werden anguckt da die chemie zwischen menschen deutlich besser gepasst finde ich in den vierten war das eher so naja was mir auch nicht so gut gefallen hat war auch lockdown schiff also von der story und sowas ich fand der film vollkommen in ordnung es war zweckmäßig also es war nicht der beste transformers durch alle zeiten gewesen war aber irgendwie auch schon gewissermaßen auch klar aber dennoch ja ich weiß nicht ein großteil der charaktere als auch die menschlichen fand ich so lala ich mochte zwar den einen geschäftsmann von ksi war glaube ich der name des geschäfts die roboter gebaut hat also transformen entwickelt hat und ja die neuen designs der autobots fand ich so lala wirft war schon cool aber ich finde das samurai mäßige hätte man ähnlich machen können aber ich finde das ich finde es ein bisschen so lala wenn die roboter so die transformers ein bisschen zu stark nach menschlich aussehen war vielleicht ein bisschen übertrieben ich fand das in den ersten drei transformers film deutlich besser weil sie ja auch schon etwas menschlich im körperbau haben aber aber so viel dass es aussieht wie aliens und nicht so stark wirklich menschlich optimiert sie fast hundertprozentig aus wie ein ritter also bei den größten tatsachen designs frage ich mich warum sie das so entschieden haben also neue designs habe ich ja nichts gegen aber ein bisschen mehr ja dass es mehr nach außerirdischen aussieht finde ich ihm halt besser was hat mir nicht so auch nicht so gut gefallen über ja was soll ich denn noch dazu sagen ja die story war zweckmäßig aber ist für mich jetzt nicht zwingend der größte kritikpunkt weil größte story mussten film auch nicht haben und die beste film zu werden oder sowas aber was ich schade finde wenn man den film war es fühlt sich zu stark in die länge gezogen an und die chemie passt da nicht so ganz rein und ich fände es aber schon gewissermaßen grad logisch warum die menschen darin autobots das hätte ich uns so jagen das ist eine spezielle gruppe da problem ist aber es ist schon ein bisschen zu hart drauf gedrückt also als würden ein großteil viele menschliche regierungen sowas ihnen nicht mehr glauben oder sowas also dass die mensch es wird so suggeriert als wer die ganze mensch dagegen die was dann nach dem dritten film bedenklicherweise auch ein bisschen logisch ist aber ich fände es ein bisschen zu hart es die chemie passt da nicht so wirklich als den rest der filme okay ähm aber denke mal das war jetzt so transformers 4 manchmal noch der schlechteste transformers film machen wir ab zum nächsten okay platz nummer 4 also der zweitschlechteste transformers film ja transformers den letzten neigt also der eigentliche transformers film der 5 ist toller satz ja positiv was mochte ich an dem film sehr gerne ich mochte dass megatron ähm wie der seinen alten namen wieder hat finde ich auch besser als gabatron und sein design ist extrem badass richtig badass und er war im film auch wesentlich stärker als in anderen in den anderen filmen abgesehen vielleicht vom ersten und dass hier wieder decepticons wieder so aufgetaucht sind anstatt die sie sag ich mal billig ähm klatsche aus den vierten filmen obwohl ich die nicht immer ziemlich schlecht finde aber ich mochte die original decepticons lieber ich finde es cool dass barricade wieder da war einer meiner lieblings decepticons aus dem movie universum ähm nitrozois war auch richtig cool onslaught hat man leider viel zu wenig gesehen ist auch leider schnell verreckt einer meiner kritikpunkte will ich aber gleich dazu kommen mohawk war nette idee schlechtes design vom kopf äh dredbot war natürlich auch cool also generell ich fand diese idee wenn ihr den film zuzeit scott kennt also böse wichtig zu missbrauchen für die regierung zu arbeiten das fand ich eine sehr interessante idee das auch bei transformers da kann man einen gewissen grad das so umzusetzen haben wir leider ein bisschen zu wenig gemacht fand ich ein verschwendetes potenzial aber wäre ein sehr interessanter film finde ich da klar muss man gucken wie man es umsetzt eben halt aber ich finde die grundidee erstmal geil das mit transformers umzusetzen es ist nur halbwegs nur halbwegs gut gelungen im film finde ich was ich auch schön fand war ähm dass man die quintestens mal kurz eingeführt hat also es gibt ja ähm die quintestens sind ja die erschaffer der transformers in dem sinne ja mehr oder weniger nicht alle transformers mögen sie kann ich verstehen aber es ist mal schön dass die manchmal eingeführt wurden mehr oder weniger auch ein bisschen anders als die ja standard medien gestalten als mit diesen diese flaume mit mehreren köpfen dran fand ich immer komisch ich finde quintestens da in den transformers 5 im film wäre ich besser umgesetzt ähm ja ich fand der kate jäger und auch ähm mit der archäologin finde ich die story an sich lustig war schon überspitzt und klischeehaft ein bisschen aber mich hat es jetzt nicht so stark gestört wie in vierten film da mit seiner tochter ja ähm dass der wir ähm ich hab jetzt leider einen sektor simmonson glaube ich wieder gesehen haben ihr wisst schon von sektor 7 fand ich richtig nice ähm weil ich schade dass man den vierten film nicht mehr von ihnen gesehen hat war auch ist einer von meinen lieblingscharakteren aus dem movies sektor 7 ansonsten muss ich sagen ähm von rest des films wie gesagt die autobots das design ist ja groß und tatsächlich leicht geblieben abgesehen davon dürfte sich jetzt ein schwarz-rotes mercedes verwenden kann was ich auch geil finde schwarz und rot passt sehr das ist meine lieblingscharakterkommunikation und das auch was ich sehr interessant finde ist ähm dass man starskons kopf wieder gesehen hat und ähm dass megatron sogar kurz eine kleine rede dazu gehalten hat fand ich schon lustig fand ich aber natürlich dann wieder schade dass man sich nicht in den gedanken gesetzt hat dass man alle äh hauptfiguren der decepticons zornwilf schockwilf und starskons wieder zurückbringt nur megatron fand ich auch ein bisschen verschwendetes potenzial mir jedenfalls bei kia ist er ja möglich starskons kopf wäre theoretisch noch datenlesbar gewesen nach dem dritten film zornwilf muss man sagen glaube ich nicht mehr leider aber man hätte es vielleicht noch eine andere andere version von ihm bauen können schockwilf ich glaube sein gehören wir noch in taktis hätte man auch noch daten rausnehmen können das hat man auch im vierten film ein bisschen gesehen von design von manchen und die trozois sieht auch sehr schockwilflastig aus also ich finde es richtig schade dass man sehr viel potenzial verschwendet hat nicht die hauptcharaktere der decepticons zurückzubringen mit einem neuen verbesserten körper fand ich sehr sehr schade was hat mir den film noch nicht so ganz so gut gefallen die story fand ich ein bisschen jetzt echt zu märchenhaft und jetzt ein bisschen zu inkonsequenz zu den anderen filmen ich finde das passt von vorn bis hinten irgendwie nicht ich finde die idee lustig unikon einzuführen und dass man sich sag ich mal aus transformers prime sich da ein bisschen orientiert dass er in den erdkern oder sowas ist aber es hat finde ich irgendwie doch nicht so ganz gepasst nemesis prime ach hätte er vielleicht etwas mehr dunklere schwarze rüstung gehabt und etwas mehr konsequenter mit ihm umgegangen wäre es vielleicht gut gewesen aber so fall ich jetzt eine billige abklatsche also im endeffekt transformers team 5 nehmen sich jetzt manchmal noch nicht so viel mit den schlechtesten transformers team ich kann die gerne gucken ich mag auch viele sachen da aber ich finde von beiden film hat man ziemlich viel leider fast sehr mit also viel potenzial einfach nach ja weggelassen nun gut kommen wir zum dritten platz so auf dem dritten platz ja ja ist transformers 3 wie ihr hintergrund sehen könnt ich möchte nochmal vorab sagen die platzierung zwischen jetzt 1, 2 und 3 sind sehr schwierig für mich weil alle diese filme für mich fast auf einem ähnlichen level sind aber nur fast nun gut transformers 3 was finde ich positiv ich finde es mal richtig extrem geil was für ein design megatron bekommen hat mit der fusions shot dran am rücken das finde ich absolut genial also sein gesamter truck design obwohl er leider nun mal extrem schwach ist im film ist sein design echt geil gemacht und ich finde es richtig geil dass wir jetzt shockwave eingeführt haben nämlich der sieht auch extrem nice aus finde ich soundwave finde ich auch absolut in ordnung hätte man ein anderes design nehmen können auch ein bisschen größer er wirkt ein bisschen klein und ja grundsätzlich was ich richtig geil finde ist dass eigentlich alle vier sag ich mal hauptbosse der decepticons megatron, starscream soundwave und shockwave im film zu sehen sind oder auch zusammen im film auftreten das finde ich irgendwie ziemlich lustig je nach film steigert sich das im ersten film starscream megatron im zweiten starscream megatron und soundwave und im dritten jetzt mit shockwave zusammen finde ich richtig geil das einzige was mir noch wirklich persönlich gefehlt hätte wäre dass man in einer szene alle vier zusammen wären ähnlich wie in transformers 3 das video spüren am ende wo sie sich einfach mal in afrika treffen wirklich nice gefunden ähm was mach ich auch ziemlich gern ähm ich fand dieses teleport system ziemlich interessant von central prime oder generell dass man am anfang auch generell Cybertron gesehen hat fand ich richtig nice obwohl das Autobotsschrift abgestürzt wurde und ich fand irgendwie die als vom positive soll das aus die Schlacht von Chicago ziemlich cool wie die Autobots und die Menschen ziemlich gut hart zusammengearbeitet haben fand ich richtig interessant die story war eben halb zweckmäßig ähm war für manche der transformers fans eine harte überraschung als er zum verräter wurde ja jetzt kommen wir wahrscheinlich zu meinem größten kritikpunkt an diesem film nun ich bin ein sehr sehr großer decepticons fan und megatron starscream songwave und shockwave gehen zu meinen lieblings decepticons je nach universum andere reihenfolge aber das sind sie im grunde generell sind leider im film absolut schwach und extrem lächerlich gestorben ich meine starscream okay einen menschen zu unterschätzen kann ein fehler sein für ihn den finde ich auch in deinem sinne nicht schlimm aber er ist dennoch viel zu einfacher als sam starscream besiegt das ist einer der lächerlichsten tolle die ich wahrscheinlich jemals in einem transformers film gesehen habe fand ich ein ich fand's schade er hätte vielleicht vielleicht durch optimus oder andere sterben sollen oder vielleicht sogar überleben sollen finde ich ich find's einfach schade derselbe megatron megatron war in dem film zwar abgeschwächt aber sollte der noch nicht so schwach sein dass optimus weniger jetzt 1-2-3 sekunden braucht um ihn abzumurksen mit geschwächtem körper und geschwächtem zustand ihr meint transformers 3 das video spielt in endboss wenn ihr das auf meinem kanal gesehen habt finde ich diesen kampf heute auch besser ok ok shockwave ist finde ich am noch am ja am besten gestorben in dem sinne dass es am nachvollziehbarsten war er wurde von autobots und menschen überraschenderweise überhaupt angegriffen auge hat schon also sein ganzer körper schon von seinem kopf das auge hat schon starken schaden erlitten und er ist immerhin im effekt durch optimus dann gestorben was ja auch wieder schade finde ich hasse das hasse ich an diesen filmen so hart dass einfach die decepticons einfach verrecken als wären sie nichts naja und zornwilf gut bummebe ist nicht und kein unfähiger soldat das steht auch keiner in frage finde ich nur war das ein bisschen zu leicht ihn abzumurksen ja fand ich schade wie gesagt meine größte positiv was ich zum positiv schön sagen kann dass alle vier mal da waren auch ihre besonderen Momente hatten aber leider haben sie so schnell wieder abgemurkst und das potenzial in den nachfolgenden filmen verspendet ich meine stormwave starscream shockwave etc sind in den nachfolgenden filmen nicht wieder vorgekommen nur megatronen und das war ich ein bisschen schade vor allem man hätte vollkommen anderes design machen können zum beispiel man hätte ja bei stormwave ein neues design machen können und soundblaster nennen können also wie g1 eben halt so ähnlich und bei starscream hätte man vielleicht sogar danach cyclonus im vierten film nennen können und dann wieder starscream und shockwave ja hätte hätte man nitro hätte man genauso gut wie nitro zeus machen können und dann wieder sich um ja sich wieder umformen wieder zu einer alten form oder eine andere passendere das finde ich immer schön schade was ich noch positiv fand war dass man bill kid zum wieder gesehen hat und ähm ja als dass der zweiten film überhaupt nicht mehr aufgetaucht ist oder abrupt den ersten film verschwunden ist nach der highway szene was noch negativ noch gefallen ist ich fand die beziehungsweise sam und ich glaube karl war ihr name das ist die blonde war ein bisschen zu naja ich fand die gründe nicht schlecht aber es hat ich hätte es besser gefunden hätte war der mick und fox die freundin gespielt hätte viel passender passiert da wäre es an der gerade durchgezogenen linie gewesen und ich finde es auch schade dass man sam so viel ähm spielraum gegeben hat also klar dass der von den menschen der hauptcharakter wohl in dem sinne aber ich fand man hätten dennoch viel zu viel stream time gegeben und ich muss sagen ähm ich hab dass die decepticons jetzt eine neue ame oder sowas haben oder versteckt haben finde ich jetzt nicht persönlich nicht so schlimm nur ich finde dann nur es passt ihm nicht so ganz an als die frage warum sie es dann im zweiten oder auch nicht im ersten film direkt hatten gut jetzt heißt es kann man meinen ja durch diesen einen ähm pilum ding da wurden die aktiviert was ich irgendwie auch extrem absurd finde man hätte es so machen können den film finde ich dass megatron sag ich mir Filzcode aussendet sie aktiviert und dann der raumportal sie dann losschickt aber dann hätte man auch fragen können warum hat er das bei einem anderen film nicht gemacht ja schade also da hat er eine gewisse logik löcher die ich nicht ganz nachvollziehen kann klar wegen der spannung und sowas aber ja aber ich persönlich denke ich ähm hätte man jetzt sag ich mal den dritten das dritte spiel von transsommers habe ich auch hier hochgeladen auf dem kanal wäre dann ungefähr die story verfolgt bei manchen szenen ähm bei so richtigen schlachten eben halt ich finde das hätte man gut als eigenständigen transsommers film rachen können und da hätte man darauf vielleicht weiter aufbauen können aber ja wie gesagt ich habe für jeden ähm punkt von transsommers 1 2 und 3 positive und negative aspekte mal mehr mal weniger also aber es ist für mich sehr schwierig entscheiden wer ich von den drei jetzt am besten finde aber ich denke von allen aspekten her finde ich den dritten film auf dem dritten platz auch eine meiner Lieblings transsommers filme aber leider ähm finde ich auch andere ein bisschen besser so der zweite platz ähm interessant transsommers 2 die ja die rache oder die revenge of the fallen wenn man es so auf englischen titel sagen will ja ich glaube transsommers 2 ist auch der film der ähm jetzt glaube ich da kam ja 2009 oder so raus meine ich ich glaube dieses jahr oder ein jahr davor ich mich auch mit transsommers ein bisschen auseinandergesetzt also da bin ich erst reingekommen wirklich aber das erzähle ich dann auf den ersten platz weil bleibt mir noch am ersten platz noch übrig ähm positiv ich mochte die idee von the fallen sehr gerne viele transsommers fans mochten die die idee an sich nicht dass megatron ein meister hat den naja für mich transsommers ist ja mutig universe und deswegen war es für mich nicht so störend in dem sinne weil es ja mal was neues ist dass megatron mal selber einen meister hat ich fand es eine sehr interessante idee und the fallen das design gefällt mir auch sehr gut und sich fühle ich auch ähm die neue demonik zwischen the centricons wie da ein bisschen cool vor allem auch den kampf in den wald als wir mit grindor, starscream und megatron gegen optimist gekämpft haben und auch generell megatrons design hat mir den film auch sehr gut gefallen wahrscheinlich nach dem dritten transsommers film mit der schroflinte wahrscheinlich mein lieblings design von megatron oder je nachdem mit transsommers film vielen anderen kann mich zwischen den drei nicht entscheiden ich werde auch dazu vielleicht mal ein separates video machen von design her ähm ich mochte die einschaft in die gibt total gerne das war richtig nicht nur action geladen sondern auch schon glaubhafter umgesetzt die schlacht als in chicago im dritten teil ich mein die decepticons setzen eigentlich hauptsächlich nur drohende normale infanterie ein während die schmidt die stärksten autobots als mit eigenheit ratchet, sideswipe etc. und mit menschen am anfang sogar von den decepticons halt auf die fresse gekriegt haben obwohl die decepticons am anfang der schlacht sogar nicht mal wirklich mühe gegeben haben zu kämpfen sogar ein kleiner teil hat sogar weiterhin versucht sam zu finden also hat sich nicht an kampf beteiligt und da fand ich das zeigt mal richtig wie stark die decepticons eigentlich sind nur um ganz am ende nur die gesamte bombardierung und die verstärkung der menschen haben sie halbwegs sich haben sie dann die decepticons geschlagen aber ich fand das aber auch glaubwürdig in chicago war es einfach zu leicht in chicago war eine gigantische luftüberlegenheit der decepticons über soldaten bla 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 und dann wurden sie eigentlich schnell abgemuchst fand ich gleich lächerlich vor allem so eine kleine gruppe von soldaten und autobots in ägypten waren die zahlen auch ausgeglichener aber die decepticons waren da sogar gewonnen ähm die story war vielleicht jetzt auch nicht so weltbewegend ist aber es war eine durchaus glaubhaftige nachfolger story zum ersten film fand ich ich fand auch sehr interessant ich fand es viele neue decepticons hat man gesehen von der seien her obwohl natürlich wieder ein paar klone gab aber davon kommen wir gleich zu ich weiß jetzt nicht wie ich das am besten beschreiben soll es ist nur ich fand es sehr viel extrem geil dass wir zum beispiel sideswaves gesehen haben als eine audi 8 form auch eine geile roboterform hatte er nur leider hat man ihn wieder schnell abgemuchst das ist das große problem was er in transformers eigentlich habe in michael dass man die decepticons cool einführt dann schnell abmuchst und dann ab zum nächsten aufgesehen von starscreen und balker die sind die einzigen decepticons die lange überleben Megatron hat auch von vielen tagen her überlebt aber er wurde aber auch umgebracht und auch wiederbelebt starscreen leider nicht leider die beziehungslichen sam und mikaela fand ich noch weiterhin ganz in ordnung vielleicht im ersten Teil weiterhin besser aber Jetfire war auch in ordnung vor allem sehr sehr groß vor allem je nach konjugation des universums ist auch groß was mich sehr stark wundert wundert der wisst der war auch cool mit ein paar ausnahmen natürlich so was kann ich sonst noch sagen negativ ach ja was mir noch positiv aufgefahren ist dass man Stormweb als Satelliten Form gegeben hat das finde ich richtig cool eben halt auch irgendwie passend zu ihm wegen dem Kommunikationsoffizier und dass er mit seinen sag ich mal seinen kleinen Kassetten da die er rausschießt noch ein bisschen die Bohntruppen unterstützt als er der Olsberg später gestohlen hat und auch die gesamte Szene Deep Six also die Marineflotte da da wo es Megatron wiederbelebt haben war extrem nice so was sind dann wohl meine größten Kritikpunkte am Film die neuen eingeführten menschlichen Charakter also diesmal mit Bewohner Studenten da war eher nur ein Gag zum Lachen habe ich auch ein paar mal gelacht aber naja war ein bisschen zu hart übertrieben genauso wie die anderen beiden Autobots da diese Zwillinge da den roten und den grünen meine ich und dass die Decepticons im Wald so hart vermöbelt wurden ok Optimus ist natürlich ein sehr starker Kämpfer aber Megatron und Starscream sind es eigentlich auch und Gwyndor sollte eigentlich auch nicht schwach sein ich meine er hat die drei wenn er richtig ernst gemacht hat beinahe alle nacheinander Hobbs genommen hätte Megatron ihn nicht abgestochen und Optimus hat er ernst gemacht hätte es sogar sein können dass er sogar noch Starscream und Megatron platt macht und das alleine das fand ich zu hart extrem ein bisschen ein bisschen ist gut ansonsten wäre ich es immer noch weiterhin schade dass einfach immer mal Sideways und Demolisher am Anfang von Shanghai abgemuchst wurden und dass man nicht weiter noch einen Anschlacht oder sowas gesehen hat was ich auch negativ finde ist dass der Devastator so hart schnell einfach weggepustet wurde ich schieße mit einem zerstörerenden Raygun auf ihn und er lässt er komplett Schrott klar der Raygun ist nicht schwach aber dennoch Devastator eins der mächtigsten Decepticons boof kaputt das ist schon ein bisschen da lächerlich da finde ich einen epischen Kampf zwischen Autobots und alleine hätte ich besser gefunden ähm ansonsten noch finde ich irgendwie dass man da ein bisschen Design an Decepticons gespart also ich meine in dem Sinne man hat einen Mixmaster gesehen als er zum Beispiel ähm ja als Devastator gemacht wurde auch wie Scavenger und auch Long Haul und da obwohl sie Devastator sind und die Pyramide umgraben sind sie noch in der Schlacht dabei das ergibt keinen Sinn ja fand ich irgendwie komisch aber grundsätzlich und auch der Endkampf obwohl Optimus ganz leichte Fallen platt gemacht hat was ich sehr komisch finde Megatron auch muss ich sagen das hat mich nicht so ganz so hart gestört einfach aus dem Sinne weil man Optimus jetzt auf den Upgrade hatte aber dennoch ich fand es ein bisschen noch zu hart übertrieben dass Devastator einfach so leicht abgemuckst wurde das finde ich einfach schade und ach ja was ich noch als positiv ansehen kann ich finde cool dass Scoppenock aus den ersten Transformers Filmen da wieder aufgetaucht ist und ein Jetfall angegriffen hat aber danach wurde der Retter abgemuckst vielleicht auch schade ja das positive und negative ähm heilt sich da irgendwie nach Film ein bisschen hart in Grenzen also ist ja aber dennoch muss ich sagen hier durch ja ich muss sagen Transformers 2 ist auch mein erster äh nicht mein erster aber ein zweiter Transformers und ich gesehen habe ich habe zuerst das Spiel gespielt und dann den Film gesehen ich muss aber ehrlich sagen die Spiele zu den Filmen sind deutlich besser als die Filme selber aber ich werde dazu wahrscheinlich auch noch mal ein Banken machen nun gut dann kommen wir jetzt mal zum allerersten Platz so auf den allerersten Platz wer mich jetzt gewundert ist Transformers 1 finde ich der beste Transformers Film von ähm Malki Bay also der Film wo wirklich alles angefangen hat mit dem Mutti-Universum richtig ja ja ich finde dieses Bild zeigt schon gut wie gut der Film ist also ich finde das ist ein sehr geiles Bild und sehr geiler Film ist das nun gut zum Positiven eigentlich habe ich nur Positives zu sagen ich fand es richtig geil dass viele unbekannte Decepticons aufgetaucht sind wie Blackout und Balcate die eigentlich in anderen Quantitäten oder so nebenbei erwähnt vielleicht mal gezeigt wurden hast du nicht wirklich wie Stars gehen und so weiteres gezeigt wurden und dass sie dank diesen Filmen sag ich mal so eine hohe Bekanntheitsstufe haben ein bisschen wie Bon Bon Crusher und Brawl finde ich fand ich richtig geil und auch dass Starscream da der Anführer war und später wieder Megatron fand ich richtig geil ja vorhin der Anfang des Films war es sogar wie einfach Blackout einfach die ganze Metairpass in Schutt und Asche legt war es so richtig nice das ist ein so ein Actionfilm wo ein einziger Operator den ganzen Metairpass zerstört ist richtig geil aber das ist ja auch was ich an diesem Film besonders ankreide und was ich denke ich bis jetzt noch in keinem anderen Film wirklich so gut gesehen habe ist dass der Film mehrere Aspekte versucht sich Zeit nimmt das zu erklären und sich so gut harmoniert und was meine ich damit? zum ersten ist es ein bisschen Metärischkeit in dem Film wegen ja Lennox und Epps und auch ein paar andere Metärkollegen und das US Metär eben halt ein Teenie Film wegen Sam und Michaela und ein bisschen Spionage filmtechnisch wegen seiner blonden Frau und den anderen ich will schon den äh den dunkelhäutigen Nicken da der ein bisschen nicht geholfen hat da das Signal der Decepticons zu entschlüsseln das ist ein bisschen schon Spionage filmmäßig so und das wie die Zeit also um jeden Aspekt da mitzuerleben des Films der Film nimmt sich wirklich genau hat Zeit um alle Seiten zu beleuchten die den Film machen möchte also die sind alle an sich getrennt anfangs und kommen dann am Ende zusammen durch den Vorwand der Transformer Geschichte die ja auch noch in den Film einkommen muss und das finde ich harmoniert perfekt ich finde es ist sehr gut gelungen vor allem das ist ja der Anfang und muss auch einiges erklären und das hat sehr gut gemacht wie die Autobots zum auf die Erde gekommen sind mit einer Szene mit der galben Musik wie sie sich da getroffen haben mit Michaela und Sam und sich später mit Menschen und Militär verbünden das war auch richtig nice gewesen vor allem die Story war auch glaubwürdig mit Norfolk während viele andere nachfolgende Ronald Sommers Filme eher eine zweckmäßige Story haben fand ich die Story sogar richtig passen und hat hat nicht nur Sinn ergeben sondern es passte richtig ja im Grunde habe ich wirklich keinen Kreditpunkt an diesen Film der mir jetzt einfallen würde auch die Decepticons die gestorben sind fand ich sehr schade hätte man den nächsten Film wiederverwerten können die meisten natürlich Star Trek hat natürlich überlebt und Megatron wurde im zweiten Jahr wiederbelebt aber zum Beispiel Brawl ist glaubhaft gestorben durch Menschen und Bumblebee wenigstens hat er noch lange durchgehalten und gekämpft Blackout hat massiv Raketen abgefressen war auch glaubwürdig Borne Crusher alleine gegen Optimus Prime als er bei der Highway-Scindy auch extrem nice war hat auch gut war glaubwürdig und auch den Kampf zwischen Balecate ok Balecate hat ja auch überlebt an sich ist er verschwunden also aber hat er hat ja überlebt und das fand ich so richtig richtig geil ich fand generell obwohl Transformers 1 von der Action her weniger ich denke mal wenige Kämpfe von Action hatte oder es hatte auch seinen eigenen Humor gehabt was nicht so hart lächerlich wie im zweiten Teil war oder wie im dritten sondern es hatte einen Humor wo man auch hin und wieder lachen konnte aber nicht so lächerlich war wie gesagt die Harmonie wie das alles angefangen hat die einzelnen Schritte Militär Spionage Teenager und die Transformers an sich diese mehreren Aspekte was der Film versucht zu sein auch mit Sektor 7 hat war glaub war den Film gut und glaubwürdig erzählt und es passte ich meine wenn man sich dann vielleicht so ein anderer Transformers Film ansieht wie wie manches mehr zusammengeschraubt also bei Bedarf angepasst als statt an sich wirklich zu passen zu fühlen wie im ersten Film muss man wirklich schon sagen im ersten passt es hart auf hart ich finde auch dieses Bild hier was ihr mir grad seht finde ich ist ein tolles Beispiel drei menschliche Charaktere die im Film ganz gut passen wie die drei Autobots äh die drei Transformers mega ja ich finde es passt einfach und dieses ich muss sagen dieses Bild ist verdammt episch gemacht generell auch die Einschlacht fand ich obwohl sie erst ganz am Ende des Filmes war ok wie bei Ägypten auch aber fand ich auch glaubhaft also ich weiß jetzt nicht wirklich was ich an diesem Film wirklich kritisieren könnte weil man muss auch jetzt bedingt sagen ähm das ist doch der allererste Transformers Film den ich gesehen habe das ist nicht das das ist glaube ich nicht das erste das ich den Transformers gesehen habe ich habe zuerst glaube ich von 2007 ok Transformers der erste Film ist auch daraus gekommen aber ich glaube ich habe erst früher auch Super RTL Transformers Antimate gesehen aber ich habe mir daraus nicht viel mehr weiter gebildet weil eben halt eine Serie die jetzt das Kind gesehen habe aber mehr dazu war es nicht aber bei Transformers 1 das war wirklich der erste Film glaube ich wo ich richtig reingekommen bin in das Franchise dank diesen Filmen und dann dem Videospiel den zweiten Transformers Film nämlich ich kann mich nämlich daran erinnern glaube ich 2009 war das der hat meinem Bruder erzählt mit dem Film also er wusste dass ich zum Beispiel stark Roboter mag dann hat er gesagt es gibt doch so ein ähm teurer Film mit Robotern Transformers guck dir das nochmal an war ich ein bisschen skeptisch da war ich mal Mejamarkt gewesen habe sogar den Film auf DVD gekauft und weil ich sehr viel mit Videospielen zu tun hatte habe ich mir ein Transformers Spiel rausgesucht und da kam es von Transformers die Rache das Spiel für PC und deswegen ich finde diese Dämonik lustig wie ich mit Transformers da so sage ich mal gewisse Weise aufgewachsen bin bei dem Film und ja dass Megatron auch so extrem stark war im ersten Film war nicht richtig das Hauptfilm ist hart in den Arsch getreten hatte seinen Tod fand ich vielleicht noch ein bisschen lächerlich aber weil vollkommen in Ordnung wegen so einmächten und Relikt mit einer Holzbar kaputt zu gehen finde ich jetzt nicht so schlimm und ja ich und dass er auch eingefroren war okay da kann man jetzt sagen er war ein schlechter Pilot gewesen aber war aber halbwegs noch glaube ich und sah noch gut aus im Eis eingefroren oder wie die Menschen versucht haben ihn sag ich mal ähm mit dem Holzpark sag ich mal zusammen mit einem entgegenzuhalten mit einem Staudamm was eine gute Abschirmung an sich geboten hat war eine geile Idee also wirklich ich wüsste jetzt nicht wirklich was ich in diesem Film kritisieren kann das ist für mich denke ich mal von allen fünf Michael Bay Transformers Movie Film den es derzeit nicht gibt mit der beste ja kann ich dazu nicht sagen und auch die Spiele zum ersten Film habe ich sehr gerne gemocht und das kann ich je nach Punkt nachvollziehen und je nach nicht aber könnt ihr ja in die Kommentare schreiben ob ihr von den Filmen her die Fans seid oder auch nicht und falls ja welchen Ranking würdet ihr dann geben und so weiteres am besten sehr detailrecht wie möglich finde ich sehr interessant dann so auszudiskutieren oder so eine kleine Statistik so durchzuführen aber man muss aber eindeutig festlegen dank den Transformers Movie Filmen hat Transformers noch eine sehr starke Popularitätsstufe erhalten weil es massiv viele Fans bei Menschen darauf aufmerksam gemacht hat und dass sich dann nochmal alles gesteigert hat finde ich und das hat auch gut gepasst ja jedenfalls kann ich mir dazu nicht sagen wie gesagt schlechteste Transformers Movie Filmen ist Transformers 4 er hat das Untergang danach kommt Transformers Der Letzte Ritter dann Transformers Dunkle Seite des Mondes Transformers Die Rache und dann nochmal Transformers ja wie gesagt ich wünsche mir sehr gerne dass ihr falls ihr natürlich Zeit und Lust habt dass ihr auch sag ich mal einen langen Kommentar schreibt für jeden Film was ihr positiv und negativ findet oder so neutral eben halt so detailreich wie möglich natürlich wenn ihr es so wollt und ja und mir sagt welche Reihenfolge ihr habt ähnlich wie ich und ich würde damit sagen danke dafür dass ihr dieses Video zugeschaut habt dieses eine Wasserzeichen was ihr hier gerade die ganze Zeit seht ist hoffentlich nicht so störend ähm ihr braucht ein neues Aufnahmeprogramm beziehungsweise ein Schnellprogramm jedenfalls danke für eure Zeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag bis demnächst Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal